Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Minecraft-Aufnahme. Ja, die nächste habe ich, die letzte, nicht die nächste, die letzte, habe ich spontan abgebrochen, weil mir dann auf einmal ganz schnell die Lust irgendwie vergangen war. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Jedenfalls habe ich die dann einfach mal links liegen lassen, gehe jetzt aber in eine neue Aufnahme rein, aber wir lassen diese, ähm, ja, diese Baustelle, sage ich, nenne ich sie jetzt mal ganz liebevoll, ich würde sagen, die lassen wir jetzt erstmal so stehen, wie sie ist, weil da, keine Ahnung, fehlt mir jetzt gerade ein bisschen die Inspiration. Die Frage ist, was machen wir deswegen jetzt als nächstes? Jetzt als erstes würde ich sagen, wir gehen erstmal pinnen, weil das wird gerade wieder Nacht. Und deswegen müssen wir einmal schlafen gehen. Da kommen wir jetzt eigentlich gar nicht so drum herum. Deswegen einmal schnell ins Bett gehüpft. Bisschen träumen. Äh, ja. Ja, alles klar. Äh, hä. Sehr schön. Gut. Lassen wir das jetzt mal so stehen. Der, wenn ich mich nicht irre, und das tue ich leider sehr, sehr häufig, ist der Tunnel noch nicht ganz fertig. Den müssten wir einmal fertig bauen. Dann muss dann da hinten noch die Baustelle, die ich ja gerade verlassen habe, die wir jetzt erstmal still, das stilllegen lassen, muss noch fertig gebaut werden. Und dann wollte ich nochmal auf die Reise gehen nach Kakaobohnen und nach Tropmold. Das hat ja das letzte Mal so wunderbar geklappt, als ich diese Dinge tun wollte. Das hat so super funktioniert. Ich weiß gar nicht so genau, wie das passieren konnte. Ähm, obwohl Tunnel. Jetzt lassen wir auch erstmal so liegen. Und stattdessen gucken wir jetzt einfach mal. Ich wäre jetzt eigentlich schon wieder für eine Höhle. Einfach auch nur wegen den Nervenkitzeln. Und weil, als ich mich selbst in der Höhle habe spielen sehen, habe ich nur gedacht, mein Gott, stellst du die Scheiße an. Deswegen will ich mich jetzt selbst eines Besseren belehren. Wir gehen aber dann sozusagen in eine andere Höhle, nicht in unsere Standardhöhle. Was haben wir denn hier alles noch im Inventar? Sechs Brote, das wird uns auf jeden Fall den Arsch retten. Von fällt das aber jetzt nicht mehr so viel. Uns fehlt so weit gar nichts, ne? Theoretisch könnten wir jetzt so einfach loslatschen. Wie viel Eisen haben wir denn noch? Ich nehme davon mal die Hälfte mit. Und dann geht's einmal rüber. Lass mich raus. Dann gehst du gefälligst dahin. Dann schwimmen wir einmal rüber. So. Einmal baden gehen. Schwimmen wir einmal rüber zu unserer Sandinsel. Um dort in eine Höhle zu gehen und dann meinen letzten Höhlenbesuch alle Ehre zu erweisen und diesmal zu zeigen, dass ich es besser kann. Weil das hat ja das letzte Mal super funktioniert. Das war auf jeden Fall von Erfolg gekrönt. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. So, jetzt bewegt dich. Na los. Schneller. Siehst du, war der Tunnel jetzt schon fertig, hätten wir einmal kurz rüberlatschen können. Na super, da habe ich ja echt wahnsinnige Arbeit geleistet. So, jetzt einmal rüber in das kleine Haus dort. Und dann einmal runterlatschen. Bin ich normal? Bescheuert? Einfach. Wollte mich doch wohl nicht überfordern. Aber wenn ich mich nicht irre, hatten wir die, glaube ich, schon mal gecheckt. Wenn ich mich nicht irre. Oder habe ich das in einer Kopie von der Welt gemacht? Keine Ahnung. Doppelt, doppelt oder dreifach hält es besser. Mann, Framerate, jetzt bleibt doch mal stabil. Meine Fresse. Ich habe gar keine Fackeln dabei. Ich habe gar keine Fackeln dabei. Da gehe ich ja super vorbereitet hier an. Ich habe nicht mal Fackeln dabei. Das kann ja was werden. Und hier ist nichts mehr, ne? Doch, da ist was. Äh. Wie ich mein. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. So, damit ich da am besten an die Kohle rankomme, ohne dass die flöten geht. So, wie viel? Drei. Das ist jetzt nicht gerade sehr viel. Wie viel bekommen wir da raus? Zwölf. Na. Zwölf Stück. Das ist wirklich nicht so viel. Aber da hinten ist ja noch. Einmal. Ne. Mit Gravel bauen ist sehr schlau. Mit Sand auch. Aber wir haben ja noch Erde. Einmal da. Der Gravel nervt ein bisschen. So, dann kommst du einmal raus und du einmal raus. Das sind ja nochmal vier weitere. So. 28. Reicht das erstmal? Hm, reicht das? Ich weiß es ja nicht. So. Einmal eine Treppe bauen. So, dann. Da. So. Puh. Wahrscheinlich geht es nur runter. Äh. Ich höre auch gerade überhaupt nichts. Kaum habe ich es gesagt, schon ändert sich das. Das ist ja auch super. Ich bin echt so ein Held. Aber die sind nicht in der Nähe, zumindest nicht erreichbar für mich. Die sind hier irgendwo anders. Ich stelle das Eisen einsammeln. Frage ist, wo sind die? Jetzt habe ich 30. Hehe. Damit kann ich runter stiefeln. Jetzt bin ich super gut vorbereitet. Also rein überhaupt nicht. Ich muss mal umlegen. Warum ich den Gravel jetzt da unten in der Leiste hatte, keine Ahnung, äh, das tauschen wir mal durch. Alles ruhig, da unten ist ne Menge Kohle, äh, einmal runter bauen. So, gehen wir zuerst in die Richtung, ich mach erstmal alles safe. Und dann kümmere ich mich um das, was hier liegt. Das scheint was Größeres zu sein, ne? Ich hör nix, ich hör nix. Gut, jetzt erstmal hier das ganze Zeug einsammeln. Oh Gott. Ja, das hört ja gar nicht mehr auf, wa? Das hört wirklich nicht mehr auf. Ja, ist ja gut jetzt. Ja. Ja, ist ja gut. So, dann schnell neue Fackeln machen. So. Ach super, hat ja perfekt gepasst. So. Und weiter. Das nehmen wir dann auch nochmal raus. Gucken, dass nix kommt. Level 4 und das nur durch Kohle abbauen. Wir sind gut. Ach, da hinten. Ja, komm her. Ja. Ja. Kleine Transe, du. Was ist denn hier los? Aua. Aua. Was war denn da los? Transe-Treff oder was? Oh Gott, der folgt mir auch noch. Der kleine Spießer. Aua. Aua. Haha, nicht getroffen. So was soll man auch können, ey. Ich glaube, es ist Nacht draußen. Das ist aber nur eine Vermutung. Eine Viertelstunde nehme ich jetzt schon auf und habe jetzt schon eigentlich gar keine Lust mehr. Aber naja, gut, komm, das gehört dazu. Wenn wir sterben, dann sterben wir in Ehren. Aber wir können uns nicht immer wieder hier in Gefahren bringen und dann einfach vor uns hin sterben, vegetieren. Das macht ja irgendwann keinen Spaß mehr. So. Du bist schon mal Geschichte. Und die restlichen kriegen wir auch noch. So. Was ist da hinten denn alles? Die sehen mich gar nicht. Ich meine es ja gut, aber auf der anderen Seite ja auch wieder nicht. Naja. Gut, gehen wir da mal da und da hin. Oder wir lassen das bleiben. Okay. Okay. Auf in den Kampf. Okay. Licht. 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 Oh Gott, nein. Wie süß. Und was, ach nö, ne? das darf nicht wahr sein ich heule gleich echt ich weine echt ich weine ich weine echt und jetzt bohren auch noch die hunde zu mir lasst mich doch alle in ruhe ich krieg gleich ein heulkrampf setz setz das darf doch nicht wahr sein erschlagen von seinem dämlichen schleim setz dich hin los setz dich hin erschlagen von einem schleim super ich habe jetzt schon kein bock mehr stein vorworte ich den haben ach so ja und den boden daraus zu bessern richtig erinnere mich gut ich mache mal ganz kurz eine aufnahme pause und dann mal sehen ob ich dann gleich noch mal lust weiter aufzunehmen nach so einer niederlage ich bin echt scheiße ich bin echt schlecht tut mir leid aber ich bin wirklich echt schlecht bis gleich oder auch nicht tschüss